Hans-Christian Andersen Das Liebespaar Ein Kreisel und ein Ball lagen im Kasten beisammen unter anderem Spielzeug. Und da sagte der Kreisel zum Ball, Wollen wir nicht Brautleute sein, da wir doch in dem Kasten zusammenlegen. Aber der Ball, welcher von Safian genäht war und der sich ebenso viel einbildete wie ein feines Fräulein, wollte auf dergleichen nicht antworten. Am nächsten Tage kam der kleine Knabe, dem das Spielzeug gehörte. Er bemalte den Kreisel rot und gelb und schlug einen Messingnagel mitten hinein. Dies sah recht prächtig aus, wenn der Kreisel sich herumdrehte. Sehen Sie mich an, sagte er zum Ball. Was sagen Sie nun? Wollen wir nun nicht Brautleute sein, wir passen gut zueinander. Sie springen und ich tanze, glücklicher als wir beide würde niemand werden können. So? Glauben Sie das, sagte der Ball. Sie wissen wohl nicht, dass mein Vater und meine Mutter Safianpantoffeln gewesen sind und dass ich einen Kork im Leibe habe? Ja, aber ich bin von Mahagoniholz, sagte der Kreisel. Und der Stadtrichter hat mich selbst gedrechselt. Er hat seine eigene Drechselbank und es hat ihm viel Vergnügen gemacht. Kann ich mich darauf verlassen? fragte der Ball. Möge ich niemals die Peitsche bekommen, wenn ich lüge, erwiderte der Kreisel. Sie wissen gut für sich zu sprechen, sagte der Ball. Aber ich kann doch nicht. Ich bin mit einer Schwalbe so gut wie versprochen. Jedes Mal, wenn ich in die Luft fliege, steckt sie den Kopf zum Neste heraus und fragt, wollen Sie? Und nun habe ich innerlich Ja gesagt und das ist so gut wie eine halbe Verlobung. Aber ich verspreche Ihnen, sie nie zu vergessen. Ja, das wird helfen, sagte der Kreisel. Und so sprachen sie nicht mehr miteinander. Am nächsten Tage wurde der Ball von dem Knaben hervorgenommen. Der Kreisel sah, wie er hoch in die Luft flog, gleich einem Vogel. Zuletzt konnte man ihn gar nicht mehr erblicken. Jedes Mal kam er wieder zurück, machte aber immer einen hohen Sprung, wenn er die Erde berührte. Und das geschah immer aus Sehnsucht. Oder weil er einen Kork im Leibe hatte. Das neunte Mal aber blieb der Ball fort und kam nicht wieder. Der Knabe suchte und suchte, aber weg war er. Ich weiß wohl, wo er ist, seufzte der Kreisel. Er ist im Schweibenneste und hat sich mit der Schwalbe verheiratet. Je mehr der Kreisel daran dachte, umso mehr wurde er für den Ball eingenommen. Gerade weil er ihn nicht bekommen konnte, darum nahm die Liebe zu. Dass er einen anderen genommen hatte, das war das Eigentümliche dabei. Und der Kreisel tanzte herum und schnurrte, dachte aber immer an den Ball, welcher in seinen Gedanken immer schöner und schöner wurde. So verstrich manches Jahr und da war es eine alte Liebe. Der Kreisel war nicht mehr jung. Aber da wurde er eines Tages ganz und gar vergoldet. Nie hatte er so schön ausgesehen. Er war nun ein Goldkreisel und sprang, dass es schnurrte. Ja, das war doch noch etwas. Aber auf einmal sprang er zu hoch und weg war er. Man suchte und suchte, selbst unten im Keller, doch er war nicht zu finden. Wo war er? Er war in eine Tonne gesprungen, wo allerlei herumlag. Kohlstrünke, Kehricht und Schutt, welcher von der Dachrinne heruntergefallen war. Nun liege ich freilich gut. Hier wird die Vergoldung bald von mir verschwinden. Ach, unter welchen Unrat bin ich geraten? Dann schielte er nach einem langen Kohlstrunk, welcher allzu kurz abgestreift war und nach einem sonderbaren, runden Dinge, welches wie ein alter Apfel aussah. Aber es war kein alter Apfel. Es war ein alter Ball, welcher viele Jahre in der Dachrinne gelegen und vom Wasser ganz durchnässt war. Gott sei Dank, da kommt doch einer unseresgleichen, mit dem man sprechen kann, sagte der Ball und betrachtete den vergoldeten Kreisel. Ich bin eigentlich von Safian, von Jungfrauenhänden genäht, ich habe einen Kork im Leibe, aber das wird mir wohl niemand ansehen. Ich war nahe daran, mich mit einer Schwalbe zu verheiraten, aber da fiel ich in die Dachrinne. Dort habe ich wohl fünf Jahre gelegen und bin ausgequollen. Glauben Sie mir, das ist eine lange Zeit für ein junges Bällchen? Aber der Kreisel sagte nichts. Er dachte an sein altes Liebchen und je mehr er hörte, desto klarer wurde ihm, dass sie es war. Da kam das Dienstmädchen und wollte den Kasten umwenden. Heißer, da ist der Goldkreisel, sagte sie. Der Kreisel kam wieder zu großem Ansehen und Ehren, aber vom Ball hörte man nichts und der Kreisel sprach nie mehr von seiner alten Liebe. Die vergeht, wenn die Geliebte fünf Jahre lang in einer Wasserrinne gelegen hat und ausgequollen ist. Ja, man erkennt sie nicht wieder, wenn man ihr in einer Mülltonne begegnet.